Ok, dann mach du einen Pulverisierer, dann mach ich Engines, äh, dann mach ich Pipes. Ne, Pipes brauchen wir ja nicht, wir können die Engines direkt an dem Pulverisiererrand machen. Genug, so sieht's aus. Dann mach ich schon mal einen Hebel. Hohoho. Puh, ey, nicht zufrieden. Weil die Hals ist ein wenig. Warte mal, dann müsste ich mein Mikro-Stück wegnehmen, so jetzt. Guck mal, ein Hebel ist in dem Inventar. Und, ist es jetzt besser oder nicht besser? Ja, man hört sich trotzdem noch ein bisschen. Aber nur während du bist. Man soll mich ja auch hören. Ja, ich brauch keiner hören, ey, komm. Da will ich mich schon hören. Äh, was war denn? Dort dritten, ey. Die brauchen unbedingt mehr Kohle. Ja, aber das soll ja da und kommen. Hier haben wir noch Kohle in der Art und Weise. Ja, man, hey, damit werde ich die Materialien auch mal ein bisschen durchschmelzen können. Ja, ich hab jetzt mal dieses Petroleum oder was, wie das heißt, da reingeklatscht. Damit wir das mal haben. Ja, ich hab mal ein bisschen von unserem Stand der Kohle reinhauen. Gib mir mal den Excavator und da geht schon mal unten ein bisschen. Der hat ja unten genug. Leg dir in der Küste. Welcher? Achso, in der. Dann geh ich am besten mal runter. Noch ein bisschen minen. So was traust du dich? Ne, dass wir hier noch ein bisschen aus der Pushen kommen. Ähm. Ähm. Wollt ihr denn jetzt mitnehmen? Fackeln hab ich noch im Inventar, was zu essen hab ich im Inventar, den Excavator hab ich. Das andere komische, die Axtbrücke erstmal nicht. Den Rucksack, ein Schwert. Genau, da geh ich am besten noch mal ein bisschen Zeugs holen. Ja, hol mal ein bisschen Zeug, so ein Kilo oder so. Mal verdicken können. Was, Kilo? Kilo, ja. So, komm mal hier runter, gibt's hier irgendwo Wasser? Ne. Eigentlich, die Rohstoffe sind ja eh noch in der Wand, aber irgendwie Silber und Aluminium. Irgendwie alles, was noch nicht so braucht, ne? Aber hier ist noch ein bisschen Kohle, die könnte ich ja noch mitnehmen. Zuck, 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 zuck. Äh. Broken. Ach, ich sehe ja gerade mein Thema ist ja schon kaputt. Ah, ich hab meine Brot. So, jetzt ist das Bevor sie auch mal fertig, endlich. Nach 10, 9 Stundenkräften. Beschreib bitte die Uhrzeit auf mein Handy. Du hast Freunde. Meine Ex-Pelle. Und wenn die mit dir rauchen gehen? Ne, 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 ne. Ach, du Kacke, das klappt ja nicht. Hast du denn nun schon mal kaputt gemacht? Ja, Sterling-Engine hat der Mega-Jull und der Malek-Spange hat der RF. Ja, du musst, du musst, du musst da ein Dings dazwischen machen. Du musst da zwei Dings dazwischen machen. Zwei was? Du musst da, wieso, RF? Ja. Ach, ja. Ist ja neu, ist der Malek-Spange. Ah, ha, da brauchen wir mal die anderen wie ein Dings dazwischen. Dings dazwischen, also musst du hier, da macht sie doch einfach nur Force-Engine, 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 Force-Engine. Ey, meine Maus, wo ist, wo ist der Tisch? Da ist der Tisch. Ah, der Akim ist uns gecraftet nur wegen dir, weil du nichts gesagt hast. Ja, 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 ja. Statt mal mit, denkst du. Aber dem war noch nie deine Stärke. Du bist ja wieder so gemein. Ja, boah, ich womm wie zu mir. Kohle, haben wir hier mal Charcoal und die haben wir noch normale Kohle, die schnappen wir uns mal raus. Und die schmeißen wir da rein, so. Wir haben nicht mehr den von Silber durchgeschmolzen. Ja, das ist hier gerade im Moment, wir haben hier ja einen schönen... Mangel? Ressourcenmangel, genau. Ja, beziehungsweise in der Kiste haben wir ja genug, aber noch nicht durchgeschmolzt. Geschmolzen. Schmolzen. Geschmolzen. Geschmolzen. So. So, jetzt, der Hammer ist wieder so ein bisschen ganz. Wie viele Blöcke können wir jetzt damit denn abbauen? Halt mal der falsche Tisch. Äh, wir können damit jetzt 1159 Blöcke abbauen. Naja, reicht ja erstmal für den Anfang. Den möchte ich aber gleich haben. Hopp, hopp. Ja, ich geh ja schon, ich geh ja schon. Ich eile, ich eile. So, was brauchen wir jetzt am wichtigsten eigentlich? Immer noch Eisen und Kohle. Was brauchen wir da eigentlich? Wir brauchen ja Lava und Wasser, oder? Ja, dann machen wir ein bisschen Tint. Dann machen wir ein bisschen Tint. Für Zellen und dann... Amen, amen, amen. Lava haben wir noch. Wasser haben wir nix. Wenn wir alles... Wenn wir alle so viel hätten wie Lava hier unten. Guckt ihr, guckt ihr Leute, guckt ihr hier, hier Lava. Guckst du mal, ne? Guckst du mal, Lava. Für die Leute, die noch nicht wissen, überall wo sich diese Force gang-klumps befindet, ist auch immer Lava in der Nähe. Ja, also eh Kohle irgendwie, dann weiß man das gleich. Ja, da weiß man gleich, okay, in den nächsten Blöcken könnte man einem leichten Hitze-Todd sterben. Am leichten. Könnte man Sonnebrand bekommen. So wie sie Lava haben. genau 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 so das hat man sich dann meist nicht weiter buddeln es sei denn man weiß was man tut doch nicht aber doch Kohle also nicht scharren kurz kurzes Beispiel hier seht ihr da kurze kurze Beispiel zack 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 und das hat Kobold natürlich die ganze Kohle verbraten nein bisschen Kohle habe ich noch übrig lassen und ein bisschen was Teig schon wieder im Inventar da haben wir noch Kohle hast du Glück gehabt hast du Glück gehabt ja 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 kohle geht ich weiß was ich mache Eisen brauchen wir haben wir gesagt Eisen und Ferus Ferus haben wir keinen mehr oder ja jetzt hast du ja und wie sie sinnfrei ich wieder ja 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 durch die Meserwader gejagt ja dann schau dass du Ferus bekommst ja ich guck ja gerade so was ich hier unten so aber ist sie aber ist sie auch hier unten auf der Ebene wie ist sie denn auch nicht ja fair aus ja ist eigentlich relativ 40 so rum glaube ich oder so scheiße ich glaube ich sterbe gleich was warte essen warte essen warte essen warte essen warte essen ich glaube um dich wird keiner weinen als sie was aber manchmal irgendwo wasser wenn man doch gerade irgendwo wasser gehabt ach danke hier löscht hu zwei herzen Rest löscht mich mal löscht mich doch was soll ich mit den Kackern da hat der Kobold Glück gehabt ne so Ferus wo fälscher Ebene haben wir nicht der meisten Ferus gute Frage nächste Frage äh 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 gimm mal Bäume fällt wenn wir es auch nichts zu tun haben bis der Spaten dann mal einen dichter Ferus raufbringt hier ja ich hab irgendwie noch gar keins gefunden da muss man jetzt erstmal sagen auf welcher Ebene wir denn diese Zeug versteckt haben ja ich weiß ja nicht wo du das gepflanzt hast das kann ja nicht wo sich das auf welcher Ebene sich das befindet eigentlich keine Ahnung kann ich dir leider nicht beantworten aber ich würde ja eher sagen das ist ein bisschen höher höher gelegen genau ich glaube nicht so in Diamantenebene glaube ich nicht kann ich mir auch nicht irgendwie vorstellen warte mal genau ich kann ja mal ein bisschen hoch gehen uranium uranium ne uranium war falsch ähm warte mal wir hatten er so ich mach jetzt einfach mal wir hatten hier irgendwo eine Zwischenebene glaub ich ja wo wir zu den anderen übergangen sind über die Schlucht na hier hatten wir schon mal ein bisschen angefangen so ich bin jetzt einfach mal auf Ebene 35 und puttel mich dann einfach mal pauschal irgendwo durch zing 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 finde ich alle Rohstoffe bloß nicht die die wir brauchen das ist meistens so das was du brauchst findest nicht ja stimmt das ist immer ja schon ein Mangel war ba 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 weißt so viel braucht man denn nicht von Feros na zum Glück nicht Ich möchte gar nicht wissen, wie viel ich in meinem anderen Haus hab. Der vorhin gehört, da war ein Enterman. Enterman? Enterman. Haben wir den angehen sollten? Nee, lieber nicht. Äh, ich hab mich immer angewöhnt, immer zwei Blöcke hoch und was hinzustellen. Mich dann da drunter zu stellen und dann... ...und dann die erst anzugreifen. Weil dann kommen sie nicht an die ran, weil die brauchen ja drei Höhe zum Laufen. Aber dann bohrtet das sich wieder hin und her und dann kommt sie erst wieder nicht dran an den Vogel. Ja, du musst bloß schnell noch zuschlagen. Jetzt willst du mir erzählen, dass du das kannst, ne? Klar. Nanos, Nanos selber. Ja, kann ich ja gleich mal so aus der Hose rausziehen, ne? Hast du keinen? Nee. Nicht unbedingt gerade zur Hand. Oh, du bist ja schlecht. Dann geh zu meinem anderen Grundstück. Ja, da hab ich auch, danke. Okay, hier finden wir keinen Fervus in dieser komischen... ...Feros-losen Welt. Genau, genau. Hier haben wir überall Tin und Silber und Kupfer und... ...alles, was man nicht so braucht. Und auf dem anderen selber hatten wir Kupfer und Zinnmangel. Ja, na, hier haben wir zu viel Kupfer und zu viel anderen Mist, aber dafür haben wir kein Feos. So, äh, wie kommen wir jetzt hier rüber? Dann müssen wir uns auch noch blockieren. Hast du was da findet? Genau, äh, ich baue hier mal ein Hämmerchen da rüber. Ein Hämmerchen! Bitterwitzig. Jajajajajajajaja, so. Okay, dann machen wir hier auf der Ebene 35 einfach nur ein bisschen Strip Mining. Äh, bitte nicht ausziehen. Verschonung, bitte. Was machst du denn... ...die nicht ausziehen? Aber was machst du denn jetzt da oben eigentlich? Holzfäller. Ich bin da Holzfäller geworden. Holz... Okay. Genau, zeig dir mal den Jungs, wie man Holzfäller fällt. Genau. Oh, da war ein kurzer Leck bei mir. Bei dem wir die staunen. Genau. Übrigens hier trockenen Hals, ich muss noch was trinken. Cheers! Ja, ich hab nichts mehr, ist leer. Oh. Schon alles weg. Ich bin ganz taulig. Jungs, übrigens, ihr könnt dann auch einfach mal in den Kommentaren, oder Mädels, Jungs, Mädels, alle, die jetzt hier einfach mal zugucken. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren drin schreiben, ob ihr das besser finden würdet, wenn man mit oder ohne Facecam macht, oder ob es irgendwelche Verbesserungsvorstehe gibt, ob wir zum Beispiel dieser... Genau, ob wir zum Beispiel dieser Mining... Ähm... Sachen. Mining-Sachen einfach rauslassen sollen. Oder ob ihr wirklich von... Oder ob ihr wirklich von Anfang bis Ende jeden kleinsten Detail sehen wollt, weil manche sagen sich, ja, das ist ja besser, wenn man wirklich alles sieht, weil dann sieht man auch, wo sie die Rohstoffe herholen, und et cetera, und bla, und... Ja, mein Kohl schiedert immer. Pst. Pst. Muss ja mal gesagt sein, ne? Ähm... Genau, und manche sagen sich natürlich auch, ne, uns interessiert eigentlich nur das Wichtige, was so gebaut wird. Also da könnt ihr ja auch mal irgendwie kurz ein Kombi da lassen, oder... Pfff... Lasst euch was einfallen, und wie werdet ihr schon mit uns... Ein Herzchen oder so. Ein Herzchen, ja. Ja. Irgendwie werdet ihr schon mit uns Kontakt aufnehmen. So, 50 Euro sind, ne, bitte verschont uns. 100 Euro, ja, bitte macht's. Höh... Genau, 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 genau. Äh... Ja... Kalte sind gewonnen, muss ich mal sagen. Oha, in letzten Zeit schon, ja... Bei uns hat das minus 6 Grad in der Früh- escolочка. Ja, wohl, hatte ich die letzte Nacht auch, also fast 6, bei mir war das so 5,5. Aber ich muss sagen... WTF? Es ist kalt! Gefühlt ja minus 50, ey. wenn man es nicht gewohnt ist ich musste heute Auto Reifen wechseln zum zum heute nee gestern naja laut Uhrzeit gestern und die Reifen raustragen die Felgen die sind ja die Sommerfelgen sind ja die Winterfelgen sind ja Stahlungs Stahlungs wie man ja so schön sagt und die sind ja so arschkalt an den Händen also wenn ihr damit 10 Meter durch jeden läuft weil die ja irgendwo eingelagert werden müssen boah du denkst wirklich die sterben die Finger ab boah du tust jetzt erst Winterreifen wechseln ja natürlich ja ich weiß ab 7 Grad muss man so nein mein Hammer ist broken ja normalerweise heißt es ja von O bis O also Oktober bis Ostern habt ihr eigentlich auch Winterreifenpflicht oder äh es bescheuert Schneepaar fahren Schneepaar fahren ja Schneepaar fahren ähm im Normalfall besteht keine ja das ist weiß ich nicht das kann ich gar nicht so wirklich sagen ob wir eine Winterreifenpflicht haben oder nicht weil eigentlich heißt es ähm du kannst äh auch mit Allwetterreifen fahren oder du kannst auch mit Sommerreifen im Winter fahren das ist ja nicht das Problem aber wenn was passiert bist du automatisch mit 50% egal ob du schuld bist oder nicht schuld bist bist du automatisch mit 50% selbst also schon schuld ok also wenn da vor dir Ena bremsen muss weil er hätte da ein Reh überfahren und du hast trotz Sicherheitsabstand also Geschwindigkeit durch 2 ergibt er den Mindestsicherheitsabstand den du er einhalten musst für die Leute die jetzt vielleicht einen Führerschein neu machen Geschwind Tacho Geschwindigkeit durch 2 ergibt den Abstand zum Vordermann und Wurzel aus mal 2 wäre dann der Bremsweg plus Anhalteweg also normalerweise eine richtige Pflicht besteht ich glaube es aber ich weiß es nicht hundertprozentig nicht aber sobald was passiert ist man dran schuld ok aber für alle Leute die fahren natürlich ab unter 7 also plus ab unter plus 7 Grad sollte man schon die Reifen aufziehen weil dafür sind ja die Winterreifen eigentlich da